Was macht der Kopf? Mehrere feindliche Geschwister sind im Einflug und der Meister Feindliches Spionageflugzeug im Anflug Die Stellung ist eigentlich schwer Ich weiß nicht, was ich hier sein Machen Ok Feindlich, aber die Stellung errobent Ja Digga, ihr seid die größten, wirklich, ihr seid so schlecht, ihr seid so schlecht. Er ist mal ein Sars-Food-Tripper. Digga, ich werd von hier so... ...drecks Gefechtsbogen getroffen, Alter. Da kann man sich ja nicht mehr gegen spielen, ne? Ich weiß. Das ist ja Müll, ey. Die auch noch in diesem Text reinläuft. Schau. Oh, du bist so cool, Alter. Ich will wie die ganze andere würde sein, aber ganz andere. Die Endbomben oder wie? Oh, Junge, er spielt mit den Fahnen, wie kann man so eine... Das ist kaputt sein, ne? Oh, ich will's nicht sehen, Augen zu halten, Augen zu halten, Augen zu halten, ganz richtig, Augen zu halten, Augen zu halten, ich will das besser auch nicht sehen. Mit LMG, ich kann das nicht ankommen, das geht nicht. Augen zu halten, Augen zu halten, Augen zu halten, Augen zu halten. Geht nicht. ав- Und Jack... Gip, 7.185 Illuminium Klassnive 7 haben wir uns irgendwie Obwohl jetzt fast jeder sich gekauft hat In den Prestige Schlüsse Habe ich... Ich fühle mich als erstes von einem Ligi wieder weiter Mit der Seele Ja Irgendwann, dass die auch alle Haie klar lecker haben Was? Ne? Hast du noch was gesucht? Ich hab gesagt, jeder spielt jetzt eine bietige Kaderin Wie der Schlitzer Die haben damals angefangen die Spiele Ich weiß Lexus Das ist noch ein Quatsch, okay Ohohohooo Ich hab hier zwei... zwei Mal im Haar Das ist hartig Okay Jetzt hab ich jetzt mal eine Felschütze drin Ich spiel's noch Ich spiel's noch Ich spiel's noch Und Pumpgun als zwölf Worte Ich weiß, das ist nicht so geil, aber... Einfach... Das ist das Schlimmste Ist nicht mehr, dass du Pumpgun spielst Sondern, dass der andere Spieler dazu animiert Das ist das Schlimmste Ich wurde animiert Ja, und du animierst jetzt immerhin weiter Bisher spiel ich genauso wie in dem wir zwei Wo jeder die Scheiß von Kader spielt In dem Teil ich das spiel Das würde ich kein Spaß haben Können wir über uns einmal rauspushen? Ich hab hier nur die Wand Wo er denkt Wo er denkt Wo er denkt Ich hab hier nicht zu sein Wunder Ich hab hier nicht zu sein Oder er ist wieder ohne Er ist wieder da Wie lange wieder verstanden ist Und wenn er angeschossen wird Ich hab hier nicht zu sein Ich hab's versucht Ich hab den oben sogar noch getötet Den ersten Wo er nicht viel früher Behandlung hatte Ich steck mich zu rüber Der ganze Haus Das ist viel wilder Ich spiel Sniper und Ich steh'n schon wieder rum Ich spau'n Weil Nee, echt? Welches Sniper spielst du eigentlich? Keine Ahnung Aber welche ist das? Die erste Bist du? Kannst du wieder Knife oder na? Ich bin ja gleich mit ihm Oh, so wär's noch mal rein Kann der Blender Niederlegen Doch Das kann doch nicht Ja, ne, er fällt mit der Fan-Langladung raus Hahaha Ja, Mann, der hat ihn mit der Fan-Langladung geholt, Alter Aber gut gemessert Oh, jeder. Wie das denn? Er hat einfach auf gut Glück geworfen, ey. Ich weiß nicht, wie. Ja. Nice. Der ist echt nicht mehr zu spät, der ist. Das ist nicht mehr zu spät, der ist. Der hat noch nicht. Achtung, kommen wir mal gut. Er ist tot. Er kommt mit der Pump hoch, Junge. Das meine ich mit meinem Animationsspieler. Ich bin Pumpgang. Ich hab die Pumpgang noch gar nicht benutzt. Ich glaube nicht. Es kann nicht sein, dass ich mich auf jeden Fall verstehe. Es kann nicht sein. Aber ich werde vom Life Runner geholt. Ich raste gleich richtig aus. Ich will es doch einfach nicht. Ich will einfach in der Schule normal spielen. Aber es geht nicht. Es geht nicht. Okay, ne? Genau. Das wäre nett. Ich habe ihn nicht. Keine Schot. Ja, der hätte mal besser nicht gefliegt mehr. Ich sehe! Ich sehe hier nichts. Komm wieder moin. Mein Tropfen-Systemer ist gerade in den Arsch geressen. Oh, wir werden gemessert. Oh! Hä? Wo ist der denn? Das ist glaube ich, was wir jetzt hier gespürt haben. Ja, das ist schon früher. Vor Ort von unten. Er hat mich durch die Wand geholt. Ich hab schon wieder keine Lust mehr auf dem Spiel. Ja, ich sehe schon wieder nichts. Kannst du die Augen mal aufmachen? Ja, lustig wegen ihnen, ne? Per Malvisier. Wahrscheinlich, oder? Sehe ich es ja raus? Nein. Ich hab ein Sturm-Paket. Hier. Es kommt weniger hoch. Ne, doch nicht. Aber er ist tot. Aber ich kann nicht mehr gehen. Oh! Oh! Ganz schön. Ganz schön. Das ist tot. Das sind meine Gäste, die haben nicht geschlägt. Ich bin tot. Oh, sie ist drin da. Oh, oh, missing one. Oh, du bist auf die falsche Seite. Oh, du bist auf die falsche Seite. Oh, du bist auf die falsche Seite. Was ist das für eine Waffe? Snyder muss noch trainieren, ne? Ja. Übertrauen ohne Bandit? Nein. War nur kurzer Aussetzer. Well, das war noch nicht. Oh, wie war das? Oh, ich bin mal nackt. 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 weiter ich habe heute angefangen zu spielen und wie ist jetzt level 37 und doppelte xp auch bei Spiegelbysen wie viel Bili LDP gewinnt wenn sich Crack-Schools Cracken Crack-Hit hast du bestimmt so 6 jährige Kinder wenn sich Crack-Hit oder wie entspann wieder Team Deathlash hehehe hm 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 Flashtreinwürfe, Alter. Oh, Markup-Abschluss. Entspannter Sache. Oh, oh, er kommt wieder zu uns hoch. Oh, ich kenne immer die Fülle. Besser Spieler. Hä, gesehen im Schell? Ich hab ein Trenat-Kampfer, äh, ich hab ein paar Messer-Aküse gemacht. Digga, es kann nicht sein, dass die Spieler aus dem Spawn sitzen. Messer, ey. Digga, trütet ihn doch, Alter. Die Spieler stehen in der Ernehmung und machen nichts. Während ich, der Einzige... Ich werd Schweden gekillt. Die sind Fokus auf mich. Ich hasse das, Alter. Fokus auf die Dumme, oder wie? Fokus auf die Dumme, oder wie? Ich hab jetzt schon vier Messer-Kills. Ich hab einfach ein gewisses Problem mit einer gewissen Art von Spielern. Und gleich ist das Problem, wenn ich da und vielleicht spreche ich hier irgendwas um, Alter. Nein. 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 Das denken nicht. Ich hab daraus nämlich keinen Bock, dass sie die ganze Zeit nur so dumm... Was willst du sagen? Ich hab noch so'n Spieler, die ganze Zeit D-Rush-Werde und die ganze Zeit abgefuckt werden. Und die ganze Zeit abgefuckt werden. Der schon in den G-Leuten, Alter. Ich hab darauf keinen Bock mehr. Ich lefte jetzt. Aus dem Auskübel raus, hab ich keinen Bock drauf. Ich hab keine Bock auf einen G-Spieler. Ich seh' ich nicht ein. Sobald mich ein in den MG spielte, das kann doch nicht wahr sein. Muss auch auf Klo? Oh, ich brauch wieder ne Pause. Hm? Du musst auf Klo und brauch ne Pause. Schnelles 9.11 Magazin. Ja, dann mach mal kurz ne Pause, wenn du auf Klo gehst. Bis gleich. Bis gleich. Bis gleich. Bis gleich. Bis gleich. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020